Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ja, ich wollte nur kurz Bescheid sagen, dass diese Woche leider auch nicht so viel rauskommen wird bis gar nichts, da ich diese Woche auch Leergang habe. Und nun ja, da habe ich halt keine Zeit irgendwie Videos rauszuhauen. Letzte Woche kamen ja schon wieder ein paar Videos raus, ist gerade mal wieder so alles angelaufen und dann direkt wieder, ja, Leergang. Ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Ich denke mal es wird dann so ab Mitte nächster Woche nochmal etwas weiter gehen. Allerdings in zwei Wochen bin ich nicht da, da habe ich nämlich Urlaub und bin weg. Das heißt, da kann auch nichts rauskommen. Und wiederum danach geht es nun mal weiter. Allerdings ja auch nur ein paar Wochen, weil irgendwann dann beginnt ja langsam mal so die große Pause wegen meiner Prüfung. Die Pause geht dann bis 2018 rein. Ja, muss ich mal schauen, wie ich das mache mit der langen Pause. Vielleicht werde ich auch irgendwie noch ein Projekt weiterlaufen lassen. Ich muss mal schauen. Entscheide ich jetzt noch nicht. Mache ich dann, wenn es zu weit ist. Und wenn du da bist, diese Woche keine weiteren Videos wahrscheinlich. Nächste Woche, ich denke mal ab Dienstag bis Wochenende irgendwie kommen ein paar Folgen raus. Und dann, äh, die Woche vom 31. bis zum 5.6. irgendwie so rum, werden auch keine Videos rauskommen und dann, ähm, wird es wieder normal weitergehen. Und ja, auch mit Pamela dann, weil Pamela funztiert wieder als bei mir. Kann ich wieder aufnehmen. Ist ziemlich nice. Ähm, ja, dann danke schön fürs Zusehen und tschüss und bis zu einem anderen Video.